So, jetzt noch ein Detail von Zizien, von Zizien, von Zizien. So, jetzt noch ein Detail von Zizien, von Zizien. So, jetzt noch ein Detail von Zizien. Es ist vorbei, an der Seite Kassenheil, die Tür haben, ca. 30 Minuten. Hier ist auch ein Goldplatz hier z.B. Die Autobahnbrücke ist immer schon der Reiterfahrer, das sind viele Sachen, ja. So, die Autobahnbrücke jetzt gehts zum Regen-Armsverband. Hier kommen wir runter, hier ist dann ein Merkur-Schädel drauf. Da muss auch noch keine Rückfahrt beachten, dass die Autobahn noch getrieben hat. Also, sieht sie aus. Höhe von diesem kleinen Gebäude. Da ist alles dabei. Höhe von diesem kleinen Gebäude. Da ist alles dabei. Die Autobahnbrücke sind gar nicht langsam mitgegangen. Das sind die Leute hier. Die Autobahnbrücke. Die Autobahnbrücke. So, da ist dann hier, steht da drauf, VUMC Center, Amstverdamm. Diese Beude hier. Das ist etwas komisch drum. Ich fasse mal vorbei, dann schauen wir mal an. Die Autobahnbrücke ist tatsächlich eine Autobahnbrücke, also es muss wirklich gerade in Usse sein. Und zwar da, so auf die Straßenbahn langfahren, vielleicht die 24 Zentralsteine. Da kann man zum Beispiel rum. Da fahren wir tatsächlich auch lang. 24 Zentralsteine. Und dann geht auch los auf der Straßenbahn. Die Autobahnbrücke ist also konsequent auf der Straßenbahn, an diesen Wolken vorbei. Und dann kommt die Autobahnbrücke, das kommt die Stücke darüber. Und dann abwärts, abwärts. Absolut. Das sind dann bloß mit den Kraften hier, also das sind die Panele von Absolut. Und dann. Hier ist das jetzt das logische Stadion. Da ist dann ein bisschen überhäuse düncht hier. Da haben wir ein bisschen Amplisierungsplan. Da könnte man jetzt noch zum Grenzenplatz fahren. Da haben wir doch mal die Strecke hier jetzt so schön durch. Da ist dann ein bisschen bizarre. Da ist ein bisschen schade. Da ist das einzige, wo ich noch gar nicht gebäude dort. Jetzt ersparen wir uns dann die Hitlerhaus. Wo es dort drin ist, auch noch. Da ist schön, da haben wir am Schluss erkennen. Viele, viele Fahrräder hier. Hier haben viele, viele Menschen. Viele, viele Menschen. Viele, viele Fahrräder. Wir sind jetzt am Frankong Museum vorbei gefahren. Das ist ein schöner Platz hier. Wir sind hier raus bei dem Lein City Center. Da haben wir berufen, dass da mal kommt. Sind kreis da. Da kommt es da hin. Wenn man das z.B. dann eine Busfahrkarte. Das ist hier eine sieben Tage. Das ist nicht mein... Da hinten fährt sich doch. Das ist die 2. Ich weiß jetzt nicht, welche richtige Richtung jetzt nicht richtig ist. Da sind wir jetzt beim Videografen gekommen. Wenn 300 Meter jetzt schon ist. Da sieht das Ambiente hier. Jetzt umsteigen das. Marius. So. Hier sind wir jetzt noch... Von hier unten sind wir jetzt noch zusammen mit dem... Bus von Futtenhafen und hier in die Richtung müssen wir fahren. Hier ist ein Träder-Kappenplatz. Das ist dann die Lige 7. Vielen Dank.